Das ist Max. Max nutzt wie die allermeisten in seiner Altersgruppe das Internet. Er hat Zugriff auf nahezu jede Information über so ziemlich jedes Thema, das ihn interessiert. Über soziale Netzwerke tauscht er sich mit seinen Freunden aus. Später freut sich sein Arbeitgeber, dass er so gut mit Computern umgehen kann. Für Max geht es weltweit sehr vielen Menschen. Sie bilden die sogenannte Wissensgesellschaft. Diese Wissensgesellschaft ist aber längst nicht global. Sie hat weiße Flecken. In einem dieser weißen Flecken wohnt Barlow. Er wohnt auf dem Bauernhof seiner Eltern. Barlow erfährt nur, was ihm andere Menschen erzählen oder er in Büchern liest. Er hat noch nie etwas vom Internet gehört. Die Teilung der Welt in Menschen mit und ohne Internet hat handfeste Folgen. Ohne Internetanschluss bleiben Menschen von der Wissensgesellschaft ausgeschlossen. Daraus ergibt sich eine paradoxe Situation. Max erfährt über digitale Kanäle die politische Lage in Barlows Land, an der Barlow sich selber nicht beteiligen kann, obwohl er viel eher betroffen ist. Das Schließen der digitalen Kluft könnte helfen, dass sich Max und Barlow über Themen austauschen, die beide angehen. Aber wie schließt man diese Lücke? Tesa allein wird wohl nicht helfen.